Heute landen wir auf dem Mond und damit ganz herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge ASTRONIA. Ich wünsch dir viel Spaß beim Zuschauen. Ich nehm den. Hast du das Lager noch nie reingetankt? Oh, Mensch ey. Warum muss ich eigentlich selber alles machen, hä? Oh! Äh... Ich hab was kaputt gemacht. Was denn? Ne, das ist alles gut. Noch ganz. Start! Tschüss! Wasser auf mich! Äh... Du musst C drücken, ne? Echt? Wir sind im Ohrbild, jaaa! Jaaa... Jaaa... Immer Mike Sonnen daher. So, wir fliegen jetzt zu Mond, DeSolo. Wie hieß das Ding? Was gibt's denn da? Primär Wolfram, Zinkplättchen, Gase keine. Also da gibt's kein Eisen. Hier gibt's Titan und Hamid. Auf Tisolo? Auf Tisolo, na klar. Gibt's denn da Titan... äh, wo gibt's denn da Eisen? Einfach so. Muss man hin für Eisen? Malarith. Malarith. Malarith ist Eisen, ne? Ja. Nee. Oder? Kalidor wäre das? Astrox? Kalidor? Was war das nicht? Novos? Keiner. Doch, das war doch glaube... Doch, das war glaube... Novos, oder? Wegen diesem Hämahit. Hämatit. Das brauchen wir. Kannst du da hin? Novos ist der Mond. Na ja? Ja, wir fliegen erstmal zum Mond. Also ich fliege erstmal zum Mond. Ja, wo willst du jetzt hin? Ich flieg zum Mond. Ach, da sind tausend Monde. Welcher wohnt? Na der direkt bei unserem Planeten. Äh... Also Sylvia... Was ist das denn von Ding? Sieht aber komisch aus. Irgend so ein... Was Außerirdisches? Oh mein Gott. Ich glaube, das sind die Außerirdischen. Ja, das denke ich auch. Ich lande... Ja... Wo lande ich denn? Keine Ahnung. Ich bin im Metall. Oh yeah. Oh, direkt im Krater gelandet. Na toll. So, jetzt ist die Frage. Kriege ich hier Sauerstoff? Lande bei Mike. Nein, die Dinger funktionieren nicht. Heißt, wir sterben? Nee, das Ding produziert schon Sauerstoff. Aber die Verbinder kannst du vergessen. Siehste, hab ich schon gesagt. Aber ich kann ja mal trotzdem gucken. Aber ich kann ja mal nach oben gehen hier. Aber nein. Er vertraut mir ja wieder nicht. Braucht ihr schon. Wenn du schläfst. Sag doch mal. Schätze, du bist dumm, bitte. Aber hier was abbauen ist hier ohne Qual gerade. Ne, brauchen wir diesen extra Bohr. Wahrscheinlich. Oh, hier ist alles voll. Wo ich gelandet bin. Mit was? Mit Gemüsch. Ich habe hier einen Robo gefunden, glaube ich. Wieder Gemüsch. Was hab ich hier? Mit Gemüsch? Was hab ich hier? Mit Gemüsch? Zink. Irrisch. Oh, hier hab ich was braunes. Gott. Hier hab ich was braunes. Nur unter der Hose vielleicht, ja. Ey. Also ich, ich kann ja nicht, ich kann mich nie weit weg entfernen. Doch. Oh. Mike? Hm? Ich hab Lehm. Lehm? Lehm, ja. Genau, daraus wird dann hier Keramik. Genau. Gut, dann starte ich wieder zu Seattle zurück. Weil ich kann mich nie weit weg bewegen. Von meiner Position aus. Wo bin ich denn hier? 51,69. Das ist wie bei Superman auf dem Planeten. Kommt, woher kam der eigentlich, das Superman? Wie hieß der Planet? Ich bin mir grad unsicher, wie der Planet hieß, wo Superman geboren wurde. Nee, siehst der nicht so, wie der Stein. Oh, gut. Mein Treibstofftank, meine Schubdüsen haben mich grad verabschiedet. Sehr gut. Heißt? Ich bleib jetzt hier im O-Bit und schlaf ne Runde. Ist hier nicht im O-Bit. Nee. Wirklich? Nee, nee, nee. Das Triebwerk hat sich verabschiedet unten. Das ist jetzt Schrott. Das ist normal. So, ich muss jetzt aber trotzdem noch landen. Ich muss jetzt ein bisschen um den Planeten herumfliegen. Bis ich zu meiner Hauptbasis komme. Ja, sau viele Haare. Also wo ich hier gelandet bin, ist echt top. Ja, war ein kurzer Ausflug für mich in dem Falle, weil... Bei mir war ja nichts. Gar nichts. Ist ne Menge. Ja. Nein, okay, das ist echt. Ich hoffe, ich lande jetzt richtig. 1.000. Ja, bring mit. So schön. Deswegen hab ich hier ein Lager hinten rein gebastelt. Ich bin auch voll. So, wenn wir jetzt fies sind, verlassen wir Shadow einfach im O-Bit verrecken, weil er hier nie landen kann. Nee, machen wir nicht. Also wenn ihr zusammenspielt, ne, ganz wichtig, niemals vergessen, nehmt das Ding runter von der Plattform. Weil sonst können eure Freunde nicht mehr landen. Oh, umkippen soll's doch gar nicht. Scheiße. Also da rein, da muss auf jeden Fall ein Sauerstoff, äh, Quatsch, nicht ein Sauerstoff, sondern ein Sauerstoffmacher rein. Sonst könnt ihr euch schon... Außer ihr nehmt natürlich den ihr mit, den ihr hier in der Hauptbasis habt, ne. Aber dann gehen eure ganzen Verbindungen, äh, Verbinder aus, ne. Das kann ich euch mal kurz zeigen, ne. Ihr seht das jetzt hier hinten blau, ne. Wenn wir das jetzt rausnehmen, sind die alle tot. So, wie viele Forschungspunkte haben wir schon wieder? Oh, wir haben schon wieder 4.000. Krasse Scheiße. So, hier hab ich ja noch was mitgebracht. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Da haben wir 4. Oh, die Batterien werden auch geladen. Aber wir haben nichts mehr zum Forschen. Okay. Guck mal in den Wald, vielleicht finden wir da ein paar kleine Forschungsmodule. Ich geh mal in den Wald wieder Bild sammeln. Wald geht in den Wald. Also das sollten wir auf jeden Fall nicht vernachlässchen, Jetto. Diese Forschungsmodule dran zu basteln. Okay. Wir haben null. Wir gehen grad null Forschungspunkte, nur weil wir keine mehr gesucht haben oder geholt haben. Sonst liegen die da eigentlich immer hier so bravourös rum. Und diese... Ja, ist gut. Jetzt kannst du aufhören zu schlittern. Klippel, du. Sehr gut. Ey, 17. Schön. Kommt mir aber auch so vor, umso weiter du weg bist von deinem Hauptplaneten, umso weniger Forschungspunkte werden sie an der Oberfläche. Oh, was haben wir denn hier? Kenn ich noch gar nicht. Ist das geil. Kryptonien, Mike. Ach. Entschuldigung, mein Fehler. Es gibt doch Lehm. Ich hab grad Lehm gefunden. Ob das... Ich dachte, das hätten wir nicht auf den Planeten geholt. Oh, scheiße. Wo ist der Sauerstoff? Oh, oh. Ich sterbe. Oder vielleicht nicht. Vielleicht schaff ich's grad noch so. Sir�, du. Wauf, discke, lauf. Lauf! Hü, 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 hü. Oh. Oh. Junge, Junge, Junge. Ah, Junge. Luft. Reine Luft. Die Luft ist hier so rein. Ah, da hinten ist noch so'n Vorschussmodul. Also müssen wir da eigentlich nur wieder hingehen. Ja, ich bin da hören. Also Keramik bringt's jetzt mit sozusagen. Nö. nicht ich denke das war nur ein halber block ja es war nicht viel also ich habe auch gerade etwas abgesaugt aber es hat nicht mehr gefunden muss halt nur dauernd zurücklatschen weil ich keinen strom keine energie mehr habe deswegen wollte ich den sauerstoffmacher mitnehmen und so ein bisschen hätte die mitnehmen sollen da du schuld in der weile die forschungsmodule für die base suchen so machen wir wenigstens was produktives oh die base ist schon groß geworden also du kannst jetzt nicht sagen dass die klein ist aber ein lkw wäre natürlich was schöneres es wird ein rover kosten jetzt geht es los wo waren denn die rover hier haben wir den großen rover wir brauchen aber gummi haben wir ja noch gar nicht wo ist denn die andere hier ne es ist mondfahrzeug mittelgroße rover braucht man ja kunststoff und gummi ne das ist es auch nicht ich habe jetzt gerade zwei dings zusammengekriegt was zusammengekriegt äh zweimal ne hier haben wir einen kleinen traktor dafür brauchen wir zwei aluminium ja finde ja aluminium hatten wir in der höhle aber ok nein theoretisch könnten wir auch eine eigene basteln aber eine eigene höhle herstellen was ich jetzt mal schnell mache in der zeit wo shadow unterwegs ist und hoffen dass ich irgendwo hinkomme wo ich was finde komm zurück wieso kommst du zurück ich hoffe klasio war richtig glasio hieß doch da bei dir oder silvia oh shit tja dann bist du jetzt verloren ich kann dich nämlich nicht retten doch rette mich doch ich könnte ich könnte ich könnte tank ich könnten sauer ich könnte quatsch ich könnte eine turbine machen und könnte zu dir fliegen aber hier waren wir doch schon hörst du mich wie ich komme hörst du mich ne ich bin in der höhle schon gar nicht ich bin gelandet fein säubernig wo war denn das verdammt nochmal wo wir das vor uns abgebaut haben was hier lang gelaufen genau wir sind hier lang gelaufen und haben das an der decke abgebostelt da ist wieder was ich glaube das ist zink ich sehe es noch nicht ich sehe es noch nicht wie kommt da die dran so wir haben zweimal kameramik kameramik ich könnte das nicht abbauen jetzt war ich das jawohl was ist das jetzt hier ach zinkplättchen ich will doch keinen zinkplättchen ich will das andere was war da aber wo war denn das verdammt bei dem war es nicht geh weg ich weiß nicht wo hat es nur das gefunden ich weiß nicht wo hat es nur das gefunden was denn na diese 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 aussehen wie gestapelte münzen ja auf meiner seite auf jeden fall ja da bin ich ja aber ich sehe gerade nie oben an der decke waren die dinge ich komme mal zurück ja ich habe es hast du viel ausbeutet es hier aber auch nicht nicht mehr der wurde ja schlecht beim arbeiten nicht mehr ach da ich verstecke ich verstecke dig ich krieg dir ich verstecke dir warte mal Schärte ja wie geht es runder hier musst du aufpassen ich brauche hier grad eine Rampe ...wir an die andere Zähne hier unten bknallst du warst das Da oben wird's schon grün ne? Das ist nicht gut. Nicht, dass man an der Oberfläche rauskommt. Da oben? Ja. Wo könnte das sein? Du hast ja kein Map raus. Das müsste auch nicht bei uns sein. Das muss ja sehr tief sein, weil wir sind ziemlich weit unten. Ja, so tief ist das gar nicht. Doch, doch. Wir sind sehr weit. Wir sind schon einiges. Du musst dann bestimmt irgendwo ein Teil sein, wenn du hier rauskommst. Öh, Energie alle. Was auf, was auf, was auf, was auf! Ah! Junge, Junge, Junge. Ich sag, nein, hier musst du aufpassen. Guck mal, hier runterflaschest du was? Ja, aber ich auch noch. Oh, da ist was. Nein, sie sind da noch. Geht zwar übelst tief runter, aber das macht links zu fern. Oh, da sind drei Vorschussmodule auf dem Haufen. Guck mal, hier unten ist auch einiges. Hier ist es. Guck mal da. Hä? Echt von dir? Die Münzen, ja. Das sind die Dinger. Ich hab die Dinger gerade auf den Kopf gestellt. Haha. Ja. Ich will Aluminium. Also die Münzen ist Aluminium. Oh, hier ist so ein bisschen was drin. Brauchen wir mit ab, dass wir das hinterher einschmelzen können. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Also sag mal erst mal das auf was ich hinter mir liegen hab. Weil ich voll bin, das will. Aber ich hab ja den Booster dran, wie du dir erinnern kannst. Deswegen gehts bei mir schneller mit abbauen. Da steh ich dich auch dran. Wie ist denn den Gebäude? Du hast jetzt gesagt, ich mach du erst mal. Na ja, Boostanpassung. Da ist gerade ein Deformationsteppel. Ich bin voll aus den Schweiber. Gut. Müssen wir aber wo wir hinwissen, oder? Ja. Das ist doch schön. Jaaaa. Wir können Aluminium bauen. Äh. Äh. Ähm. Was? Ah ne. Wir gehen mal. Äh. Oh Gott. Ich bin in den Weg nach Hause. Wo bist denn du, Shadow? Ich bin gerade noch ein bisschen. Ich guck mal hier unten. Ich seh dich nicht. Sammle noch Geld ein. Ich bin noch unten gewesen. Ich bin die Höhle gerade nicht wo. Ach hier. Hm. Ich hoffe nicht, dass es hier ne Sackgasse ist. Doch, ist es. Aber ich kann ja noch ein Forschungsmodul mitnehmen. Wenn das, wenn wir schon mal hier. Das war nie im Senzen da oben lief. Nee. 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 Junge, Junge, Junge. Ey, du ist schon um fünf. Alter Schwede. Alter Schwede. Hä? Wir haben es schon wieder um fünf. Ei, 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 ei. Ja. Krass, ne? Das passiert, wenn man zockt. Ja. Deswegen heißt es ja bei mir auf dem Kanal, einfach nur zocken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie alt man ist. Einfach die Zeit vergessen und einfach Spaß haben beim Spiel. Und nicht in ein Loch fallen zum Beispiel. Was ist das denn von der Ausgang? Hast du da gebaut? Nee, das ist ein Rampo, um an die Münzen ranzukommen, um an das Latrit ranzukommen. War das. Ich würde schon sagen, das ist von der Ausgang. War ich mit rauszukommen. Ach doch, das war der Ausgang. Weil ich dachte, ich baue einfach mal noch einen Extratunnel. Jetzt könnte der sein, dass wir das hochgebaut haben. Aber das ist möglich. Lazzarita. Hast du wenigstens ein Forschungsmodul mitgenommen? Ich habe keines gefunden unten. Ich bin an drei vorbei eingelaufen. Eins hättest du davon mitnehmen können. Ja, ich bin nicht da lang gelaufen. Du lang. Ach, ich bin da. Du alter Stinker. Ich bin kein Stinker. Ich bin ein einziger Warner. Ich bin ein einziger Warner.